Ich bin Mariam und ich bin aus Armenien. Ich bin Inna, ich komme aus der Ukraine. Ich bin Mamadi Sangare, ich komme aus Guinea. Mein Name ist Anis und ich komme aus Serbien. Ich bin Robya Bonator Sumbadalova, ich komme aus Uzbekistan und ich studiere internationaler Agrarmanagement. Die Landschaft hat mich immer viel interessiert und in dem Studium gefällt mir besonders gut, dass viele unserer Professoren haben zuhause einen landwirtschaftlichen Betrieb und sie bringen uns viele interessante Beispiele aus der Praxis und das verbinden wir sehr gut der Vorlesungen mit der Theorie. Dieser Studiengang bietet ein breites Fachwissen im internationalen Agrarmanagement. Er bietet ein riesengroßes Netzwerk hinsichtlich der Alumni unserer Partneruniversitäten und dadurch wird natürlich sehr, sehr viel Wissen gesammelt. Und genau das wollen wir unseren Studierenden weitergeben. Ich mache mein Praktikum in einem Betrieb. In diesem Betrieb arbeite ich in den Ställen, im Kuhstall, Schweinestall und Kälberstall. Das ist sehr interessant und ich denke, hier kann ich alles besser studieren und dann in meinem Heimatland etwas besser machen. Also Hochschule Wann-Stefan-Triesdorf ist für uns wie ein Haus. Alle sind da wie eine Familie. Wir kennen einander und es ist wirklich interessant, da neue Leute kennenlernen und andere Kulturen und andere Traditionen. Und das ist wirklich interessant. Und das ist wirklich interessant. Und das ist wirklich interessant. Und das ist wirklich interessant.